Hallo Tierfreunde! Ich habe auf YouTube die Frage bekommen, können Schweine Sachen anhand des Namens unterscheiden? Wir machen jetzt mit Moritz ein Experiment, ob er innerhalb kürzester Zeit zwei Gegenstände voneinander unterscheiden kann. Mal gucken, wie lange er dafür braucht oder ob er überhaupt rafft. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und im Stübchen braucht es ein bisschen länger. Das Ziel ist, dass der Moritz mir die Eins bringt. Moritz, bring die Eins. Super! Jetzt wird es schwieriger. Jetzt packen wir noch die Zwei dahin. Aber er soll nur die Eins bringen. Moritz, bring die Eins. Fein! Guter! Braver Junge! Ich misch mal. Bring die Eins. Nein! Bring die Eins. Ja! Wuhu! Fein! Toll! Komm hier! Bring die Eins! Ja! Gut! Fein! Komm hier! Mami! Super! Super schön! Mami! Bring die Eins! Ja! Gut! Fein! Prima! Super! Bring die Eins! Super! Toll! Jetzt machen wir es noch schwerer. Wir nehmen die Drei dazu! Moritz, bring die Eins! Ja! Super! Fein! Mein Bester! Ups! So, mein Freund! Warte, Moritz, hol die Eins! Ja! 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 Da fliegt auch mal durch! Wir machen es jetzt noch einmal richtig! Ja! Super! Gut gemacht! So, bis dann! Tschüss! Fein! Fein!